Schönen guten Tag, meine Lieben und hallo. Ja, ich bin Kontrek. Ihr kennt mich meistens ja eher aus meinen Videos, nicht so visuell mit dem Gesicht, eher nur die Stimme. Aber heute gibt es ein besonderes und für mich sehr wichtiges Thema und das ist die Community und was wir daraus machen werden. Weil es gibt viele, viele Leute, die wirklich, wirklich einsam sind, die zu Hause sitzen, niemanden zum Reden haben, niemanden zum Zocken haben und auch in Spielen Probleme haben und dort nicht vorankommen. Das betrifft natürlich stärker die ältere Generation, gerade wenn es darum geht, dass Verwandte oder Freunde oder ähnliches dann auch mal irgendwann gehen müssen und dann haben die wirklich ein Problem. Und ich lese das immer mehr unter meinen Kommentaren. Ich habe ja mittlerweile viele, viele tausend Kommentare unter den ganzen Videos, wenn man mal alle zusammenzählt. Und da lese ich immer wieder, hör mal, bei diesem Boss komme ich nicht weiter, hör mal, diese Quest ist mir zu schwer oder ähnliches, aber ich habe niemanden, mit dem ich das bestreiten kann, der mir helfen kann. Aber dafür gibt es eine Lösung. Und zwar habe ich einen Discord-Server aufgemacht, wo mittlerweile über 750 Leute ungefähr drauf sind. Und da habe ich so Channel eingerichtet mit Suche nach Gruppe, Handel oder ähnliches. Und gerade für die Leute, die alleine sind, die irgendwo nicht weiterkommen, weil das hat mir in der Seele weh. Ich lese da die Kommentare und dann schreibt da jemand, also schreiben viele Leute, ja, ich schaffe den nicht, ich werde den wahrscheinlich auch nicht mehr machen, weil alleine ist mir das zu schwer und ich habe niemanden zum Spielen. Und da dachte ich mir so, Gott, oh Graus, nur weil es mich nicht betrifft, heißt das ja nicht, dass es niemanden betrifft. Und deswegen, es gibt schon wirklich einige, die da, ja, betroffen sind. Und durch diesen Suchen nach Gruppe-Channel hat es tatsächlich mittlerweile funktioniert, dass da echt reger Austausch herrscht. Also die Leute schreiben, ich weiß nicht wie viele, 100 Nachrichten am Tag auf diesem Discord, treffen sich dann unten in den Blaude-Ecke-Channeln und quatschen miteinander. Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Sache und das möchte ich nicht nur über Entrouded hinaus, sondern über viele weitere Spiele, die ich spiele, hinaus weitertragen, um Leuten die Möglichkeit zu geben, schnell freundliche Leute zu treffen, mit denen man zusammen spielen kann. So, weil das Ganze muss natürlich auch moderiert werden. Aber auch da habe ich schon eine Lösung und zwar habe ich mittlerweile sechs Wächter eingestellt auf dem Server, ne, also die machen halt alle freiwillig, das sind so Moderatoren. Und die achten drauf, dass sich dort alle Leute richtig benehmen, also respektvoller und freundlicher Umgang miteinander, das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn da irgendwer quer schlägt, dann greifen wir auch hart durch, ne, dann wird der einmal ermahnt und wenn es dann nicht klappt, zack, raus, gebannt für immer, braucht nie wiederkommen. Weil das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ne, weil das soll so ein wirklicher Safe Space werden für einfach, ja, Gamer, die miteinander spielen wollen, die sich nett unterhalten wollen, die eine schöne Zeit miteinander haben wollen und da darf es keinen Streit, Schmuh, Diskussion oder sonst was geben. Klar, eine freundliche Diskussion mit guten Argumenten ist immer willkommen, aber wenn jetzt einfach nur so gemeckert wird, das brauchen wir nicht und das fliegt auch ganz schnell raus. Genau, und das ist mir halt vor allem wichtig, dass dort alle wirklich gut miteinander umgehen, ja. Ihr findet den Link zum Discord unter dem Video, unter jedem Video, aber auch auf meinem YouTube-Kanal. Ich werde am Ende des Videos das Ganze mal erklären, wie man beitritt, wie man, was man auf dem Discord so machen kann, weil auch da gab es schon Kommentare. Hör mal, ich habe Discord noch nie benutzt, wie kann ich da beitreten, weil das Interesse ist wohl da, aber der Umgang fehlt manchmal noch ein bisschen, weil ihr dürft nicht vergessen, wir haben so eine groß diversifizierte Altersklassengemeinschaft hier. Das ist Wahnsinn. Viele, viele Leute der Zuschauer sind über 60, teilweise sogar über 70, 75, 76 Jahre alt, habe ich schon in den Kommentaren gelesen. Und das finde ich wirklich klasse, weil gerade durch diesen großen Altersunterschied, den wir haben in der Community von jung bis alt, mischt sich der Umgang so ein bisschen miteinander. So, ich sage mal, die ältere Generation bekommt so ein bisschen mehr Pfiff mit rein, wenn die Jungen damit ein bisschen Energie rangehen, aber die jungen Leute werden auch ein bisschen ausgebremst, im Temperament, so ein bisschen gedämpft. Ihr wisst ja alle, wie das ist, so ein junger, halbstarker Kerl kann ja auch mal über die Stränge schlagen und da sind die Älteren dann so und sagen so, immer mit der Ruhe, Jung. Was ich sehr schön finde und dadurch entsteht wirklich ein sehr, sehr schönes Zusammenleben, sehr, sehr schöne Zusammenarbeit und die Leute starten da echt schöne Projekte miteinander. Habt ihr ja hier auf meinem Channel wahrscheinlich schon oft gesehen, was hier alles gebaut wird an Gebäuden. Das ist wirklich Wahnsinn. Genau. Also, wenn ihr da Bock habt, ob ihr nun einsam seid oder nicht, ist gar kein Problem. Kommt einfach auf den Discord. Dort sind immer irgendwelche Leute am Start, mit denen ihr schreiben könnt, mit denen ihr euch verabreden könnt zum Zocken, irgendwelche Projekte starten könnt. Und ja, für die Leute, die Discord kennen, für euch ist das Video an dieser Stelle vorbei, aber das ist auf jeden Fall so meine Idee für die Zukunft, dass wir da irgendwie eine richtig schöne Community aufbauen, die zusammenhält, die sich gegenseitig unterstützt und immer jemanden hat, den man mal irgendwie um Rat fragen kann. Ich wünsche euch soweit einen wunderschönen Tag für alle, die sich nicht mit Discord auskennen, noch dranbleiben und bis dann. So, also, wenn ihr jetzt auf meinem YouTube-Kanal seid, könnt ihr hier bei den Links, dort habt ihr den Discord-Server, hier könnt ihr beitreten oder auch unter jedem Video. Und zwar hier unter dem Video, da steht immer Community Discord, hier ist so ein Link, da könnt ihr einfach draufdrücken. So, wenn ihr das gemacht habt, dann landet ihr hier. Natürlich braucht ihr einen Discord-Account. Und wenn ihr hier gelandet seid, seid ihr erstmal hier im Willkommens-Channel, da sieht man einfach nur alle Leute, die beitreten. Das sind ja, ihr seht mittlerweile sehr viele, 767 Mitglieder sehe ich hier gerade. Dann haben wir einmal einen Regel-Channel, den vielleicht einmal durchlesen. Da geht es wirklich um diese Benimm-Regeln, dass man gut miteinander umgeht und ähnliches. Also hier links habt ihr diverse Channel. Alle Channel mit einem Hashtag oder einem anderen Symbol sind Schreib-Channel. Ihr seid aber nicht berechtigt, überall zu schreiben. Also zum Beispiel in einem Regel-Channel kann nur ich was reinschreiben, damit da halt jetzt nicht alles so voll gespammt wird. Aber wenn ihr jetzt mal so genau euch das anschaut, wir haben Kategorien hier. YouTube und Stream. Hier wird zum Beispiel gezeigt, wenn ein neues Video kommt, ein neuer Stream kommt. Das ist ja erstmal jetzt für dieses Video uninteressant. Dann haben wir Chaträume. Hier zum Beispiel kann man ganz normal mit den Leuten schreiben über alles Mögliche. Hier haben wir diesen Suche-nach-Gruppe-Channel. Ihr seht, es ist schon einiges passiert. Suche Leute hierfür, dafür und so Wonstiges. Wenn mal jemand Probleme hat, haben wir ein Ticket-System, wo man Hilfe erfahren kann. Also auch, also sei es, man hat irgendwelche Probleme generell oder es gibt auch Leute in der Community, die euch negativ beeinflussen oder belästigen oder sonstiges. Könnt ihr ein Ticket euch öffnen. Das kriege ich und die Wächter dann zugesendet, falls mal irgendwas ist. Dass wir dann auch schnell eingreifen können, wenn ihr euch da irgendwie unwohl fühlt. Genau, dann hier die Sparte speziell für Entschrouded. Hier haben wir beispielsweise dann einmal so den Chat. Wo kriegt man die Waffe her? Ah, cool, da hast du die gefunden. Danke. Hier werden so Basen vorgestellt. Kann man sich mal so angucken, was andere bauen. Hier schaue ich mir auch immer an, wer welche Basis gebaut hat und gucke dann, oh, die könnte ich in einem Video gut vorstellen. Oder auch hier ein Handels-Channel. Hier werden, ja, Waffen gehandelt. Natürlich alles nur mit In-Game-Sachen. Ich unterstütze keine Echtgeld-Transaktionen oder sonstiges. Die Leute sollen sich hier, ja, hier geht es nicht um Geld verdienen. Hier geht es nur um Handel im Spiel, sag ich mal. Ja, genau. Und das ist soweit. Und hier unten sind dann so diese Plauderecken. Da kann man sich zusammensetzen. Hier sitzen zwei gerade zum Beispiel. Die könnten miteinander reden. Und so funktioniert erstmal unser Discord-Server. Also einfach über die Chats oder Suche nach Gruppe verabredet man sich. Heute Abend, 19 Uhr, können wir miteinander zocken. Genau. Ja, das war es schon soweit. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße und bis dann.